moin leute was geht hier ist wieder der geist heute möchte ich euch zeigen wie die deadpool woche 6 challenge lösen könnt indem ihr poster verunstalten müsst hier verunstellte karte von ghost of the shadow das zeige ich euch jetzt mal wie das geht leute ich mache es bei gruppenkeile da ist es angenehmer da kann ich euch das ganze in ruhe zeigen ohne dass irgendjemand auge macht leute so leute ich lande hierzu bei frenzy bei frenzy farm leute da könnt ihr das nämlich in einer runde alles erledigen ihr braucht ja drei plakate und hier sind drei plakate so dann landen wir erstmal in dieser bei dieser roten hütte wo man auch seine waffen verbessern kann und zwar ist das erste plakat hier eine seite an der wand ihr müsst einfach davor stellen einmal dreieck drücken oder eben zu tun oder halt bestätigen dann habt ihr einen schon veranstaltet wie ihr seht tag darüber und gehen wir mal zum zweiten der zweite befindet sich hier am großen gebäude da ist ganz praktisch leute einmal hier landen in einem durchgang könnt ihr dann alle drei verunstalten da haben wir schon den zweiten noch einmal drüber machen und jetzt zum dritten der ist hier an dieser großen roten scheune leute wie findet ihr eigentlich mein neues intro schreibt man die kommentare bitte hier haben wir den dritten und zwar einmal drauf und ihr seht verunstalten plakate von ghost oder shadow habe ich alle drei in einem durchgang gemacht falls euch das video gefallen hat leute lasst doch ein abo da ein like wäre nicht schlecht und sonst bis zum nächsten mal ciao